Oh mein Gott, oh Gott, oh Entschuldigung! Hallihallo allerseits, jetzt habe ich tatsächlich die Kamera daheim vergessen. Ich habe sie hier auf der Kommode liegen gelassen und hier lag sie noch. Ich habe sie mir extra hingelegt, aber ich habe sie vergessen. So, ich war jetzt noch einkaufen für die Woche. Neuerdings gehe ich ja immer schon Donnerstag und ich habe mir dieses Jahr, dieses Jahr, ja ich glaube in diesem Jahr zumindest die ersten Himbeeren gegönnt, weil ich so Lust darauf hatte. Ja, ich brauche mal was anderes und was Frisches zu essen und deswegen habe ich mir hier einmal Himbeeren mitgenommen. Die sind immer so teuer, aber ich meine in der Packung ist auch viel drin. 750 Gramm. Möchtest du ins Bad? Ja? Bitte schön. Bitte schön. Ich habe gedacht, dass ich heute für meinen Beautykanal noch einen Foodhole drehen kann, aber irgendwie, es war nicht so viel, was ich gekauft habe, deswegen zeige ich euch hier auf dem Kanal im Schnelldurchlauf. Also einmal die Himbeeren, dann einmal Pommebeerchips, Ketchup, dann habe ich von Maggi Köttbullar mitgenommen und passend dazu Frikadellen. Den Tee von Teekanne, den ich in letzter Zeit immer in der Früh trinke, Früchtetee, den mache ich so gerne, der ist echt so lecker. Heute früh hatte ich keinen mehr und dann habe ich Pfefferminztee getrunken und ne, ich brauche in der Früh irgendwie was Frisches. Dann habe ich Sahne mitgenommen, zwei Becher, der zweite kommt gleich, eine, oh nein, die Tasche, nicht, dass sie fällt, oh mein Gott, oh mein Gott, ach Gott, oh mein Gott, ach Gott, oh mein Gott, ach Gott. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, werden wir von den Frikadellen erschlagen. Einmal eine Kilo Packung Spaghetti, die war im Angebot, ich mache die auch ganz gerne von drei Glocken. Das ist nur Hartweizengrieß und Wasser, sonst nichts. Ja, also Sahne, Gott, wenn das jetzt runterfallen würde und die Sahne würde zerbrechen. Also hier die zweite Sahne, dann habe ich noch einmal Vanilleeis mitgenommen, das war im Angebot diese Woche Landliebe. Und ich gucke, ich dachte vielleicht auch zu den Himbeeren mal Vanilleeis mit Himbeeren. So, und jetzt muss ich mal schauen, was der Lottehase da schon wieder in der Dusche fabriziert. Jetzt bist du rausgesprungen. Ich habe das Krachen ge... Oh, 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 jetzt bin ich dem Hase auf den Fuß getreten. Also, was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Ist ja Chaos hier, aha. Ist ja Chaos. Oh, Mausi. War nicht schlimm, gell? War nicht schlimm. So. Auf jeden Fall hat sie mein Duschgel runtergeschmissen. Also, ich verräume jetzt meine Sachen in den Kühlschrank. Ist echt zu wenig. Das lohnt sich nicht, um eine Foodhole abzudrehen, weil es einfach zu wenig Sachen sind. Ich dachte, ich würde mehr einkaufen. Habe ich jetzt Butter? Ah, Butter. Ich denke doch, irgendwas fehlt. Die ist wohl schon aus der Tasche. Jetzt fällt das die Chips runter. Da ist die Butter. Dachte ich schon, ich habe die liegen gelassen. Ich weiß, dass ich sie eingepackt habe in den Einkaufskorb, aber jetzt war sie hier nicht dabei. Aber zum Glück habe ich sie doch mitgenommen. Lotte möchte schon wieder ins Bad. Sie buddelt immer ganz energisch. Und dann wartet sie, dass ich die Tür aufmache. Geh? So, bitte. Manchmal will sie auch nur, dass die Tür offen ist. Heute früh hat sie auch ganz energisch gebuddelt. Da war ich gerade im Bad. Und dann hat sie ganz energisch gebuddelt. Jetzt scheint es zu passen. Also, jetzt ist sie wieder raus. Ich muss jetzt einen riesen Karton vertragen. Ich habe Chipsy gestern bekommen. Dann sechs Packungen Chipsy. Und jetzt ist dieser riesen Karton hier übrig. Da ist Chipsy. Das ist das Einstreu, was ich immer nehme. Das beste Einstreu finde ich. Das ist aus Pflanzenfasern. Das sind halt so eine Art Granulat. Und das zerfällt dann zu Pulver, wenn die Babys da drauf pinkeln. Das hat eine gute Saugkraft, sehr ergiebige Geruchsbindung. Sehr, sehr gut. Also wirklich sehr gut. Für Genepower. Und es ist sanft. Schade dem Pfoten nicht. Und ist eben auch für Haseln geeignet. Und Meerschweinchen und Hamster. Und was ist das? Sieht aus wie ein Frettchen, oder? Auf jeden Fall ist es halt ganz gut. Und da sind jetzt 10 Liter drin. Früher gab es auch noch die großen. Und die gibt es aber, also früher gab es die auch im Zogeschäft oder so. Aber jetzt hauptsächlich nur noch online. Bei Zoblust bekommt ihr die zum Beispiel. Und gestern kam eben eine riesen Lieferung mit sechs Packungen. Und ja, die vertrage ich jetzt. Dass es hier nicht alles im Flur rumsteht. Hört euch das mal an. Überall aus jeder Ecke zwitschert irgendein Vogel. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier lang gehe, dass es besonders laut ist oder vogelintensiv. Das werden mal sehr, sehr viele kleine Gröten. Wahnsinn, das ist jetzt ein paar Tage her, seit ich das letzte Mal hier war. Da habe ich euch ja auch die Gröten gefilmt. Ich weiß nicht, wann das war. Irgendwann die Woche. Und jetzt ist hier alles voller Grötenbleich. Die waren auf jeden Fall sehr fleißig und produktiv. In den letzten Tagen. Irgendwie macht mir die Zeit, Umstellung zu schaffen. Ich bin so müde, gerade und so kaputt. Man merkt irgendwie diese eine Stunde total. Der Kommentar des Tages unter dem Videorechtes war in einem Zentimeter länger von Sabrina Freund. Hallo Simone, mir geht es meistens auch so, dass ich schlussendlich viel zu früh bei einem Termin bin. Nachträglich alles Gute zum Geburtstag, kleine Lotte. Sie könnte kein liebevolleres Zuhause haben als bei dir. Oh, Dankeschön. Danke, danke. Und natürlich auch an Lotte die Glückwünsche. Maus. Emi, wo ist deine Karotte hin? Ist sie jetzt Lotte? Also sowas. Schau mal. Für dich. Ja. Lotte, du hast ganz, ganz, ganz viele Glückwünsche bekommen. Zum Geburtstag, hm? Zu deinem dritten Geburtstag. Ich finde dritter Geburtstag irgendwie so süß. Ich weiß auch nicht. Früher als Kind, als ich mit Puppen noch gespielt habe, gab es natürlich auch Geburtstage. Und meine Puppen hatten ein Alter. Meine Puppen waren nie älter als fünf Jahre. Und drei fand ich immer ganz toll. Drei und ein Jahr irgendwie. Für mich gibt es jetzt Abendessen. Ich habe das gleiche wie gestern. Kartoffelbrei mit Karottengemüse. Meine Mama hat viele Portionen davon gemacht. Und als Vorspeise gibt es Obst, eine Orange und eine Kiwi. Das ist schon mal der Abendsnack für die Babys, wenn ich ins Bett gehe. Dann bekommen die Babys noch ein kleines Betthupferl. Und das habe ich schon mal zurechtgelegt. Und dann zeige ich euch eins. Das ist das. Ich denke, ich mache es wieder im Ofen. Das hat eigentlich gestern ganz gut funktioniert. Und dieses Mal mache ich mir noch die restlichen Bratwürstchen dazu, die ich von, ich glaube, von Montag noch habe. Vier Stück habe ich da noch drin. Und die mache ich mir auf jeden Fall noch mit dazu. Habe ich auch schon rausgelegt. Okay, ihr Lieben, dann sehen wir uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.